Ja, da fragen wir mal nach bei der Hauptstadt-Korrespondentin Cordula Eubel vom Tagesspiegel. Grüß Sie. Hallo, guten Tag. Was ist denn da los in Berlin? Es ist ja ein Wahnsinn. Also es geht jetzt plötzlich darum, dass die Große Koalition krachen gehen soll. Frau Merkel spricht wieder einmal von Vertrauensverlust und die SPD spricht, also in Person von Frau Nahles zum Beispiel, von Distanz und Skepsis. Das ist ja irgendwie alles nicht mehr normal, oder? Naja, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, kann man ja auch nur zu diesem Schluss kommen. Die Erkenntnis kommt allerdings ein bisschen spät. Wenn man solche Wahlergebnisse kassiert, hat das natürlich etwas mit schwindendem Vertrauen der Bürger zu tun und ist sicher nicht nur eine Sache, die in Bayern passiert ist, sondern auch mit dem Zustand der Großen Koalition in Berlin zu tun hat. Es ist nur jetzt zum ersten Mal, dass sich das sozusagen in Wahlergebnissen auch manifestiert seit der Bundestagswahl. Das war ja die erste Landtagswahl jetzt, wo sich das dann einfach mal niedergeschlagen hat. Wenn man sich die Umfragen der letzten Wochen und Monate anguckt, nach dieser Selbstbeschäftigung im Sommer, der großen Krise, unionsinternen Krise und damit auch Koalitionskrise in der Flüchtlingspolitik, da gab es ja schon oft irgendwie Hinweise in Umfragen, dass die Leute sich wünschen, dass endlich regiert wird, dass auch andere Themen auf die Agenda kommen, die eine Rolle spielen. Man hat das irgendwie lange nicht beherzigt, sondern ist immer wieder in diesem Krisenmodus angekommen. Und dass sich das dann in schwindendem Vertrauen äußert, dürfte eigentlich niemanden überraschen. Ich verstehe das immer nicht mit diesem Ordnung. Da wird doch irgendwie regiert und vielleicht auch ganz ordentlich. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Ist dann die Kommunikation vielleicht das Problem, die Verkaufe dessen, was man tut? Naja, wenn nur ein Thema dominiert, dann hat man schon den Eindruck, dass man mit den anderen Themen nicht mehr durchdringt. Die Große Koalition hat es zuletzt ja immer wieder geschafft, genau zu den Zeitpunkten, wo ein Kita-Gesetz verabschiedet wurde, wo jetzt auch ein Kompromiss in Sachen Einwanderungsgesetz gefunden wurde. Doch das, was dann tatsächlich verabredet wurde, immer wieder zu überlagern, von anderen Themen, von Krisenthemen, von der Causa Maaßen zuletzt. Es haben ja immer wieder andere Themen eine Rolle gespielt. Der Streit dominierte und nicht sozusagen, ich glaube, das Problem ist auch, dass der Eindruck entsteht, dass nicht solides Handwerk abgeliefert wird, sondern immer wieder es zu Querelen kommt, an denen die CSU natürlich auch nicht einen unerheblichen Anteil gehabt hat. Das haben Sie jetzt gesagt. Also Seehofer ist schuld, das muss mal kurz zu sagen. Das sagen ja viele gerade in Berlin. Aber wir wollen mal ganz kurz auf die handelnden Parteien gucken. Da gärt es ja anscheinend ordentlich oder ist es Druck auf den Kesseln bei der SPD, bei der CDU, bei der CSU. Und jetzt wollen die irgendwie bis zur Hessenwahl alle noch den Ärger unter dem Deckel halten. Klappt das? Naja, wenn man sich die ersten Rücktrittsforderungen, Sie haben es ja vorhin in Ihrem Einspieler gehabt, von den verschiedensten Seiten anhört, fragt man sich das natürlich schon, wie das unter dem Deckel zu halten ist. Aber die CSU zumindest, da ist gestern ja der Putsch ausgeblieben, ist ja schon bemerkenswert, auch nach so einem Wahlergebnis, dass es irgendwie keinen gibt, weder den Ministerpräsidenten noch den CSU-Chef, der da eine Verantwortung übernimmt. Da ist ja nun die Devise ausgegeben, man wartet erst mal die Regierungsbildung ab und arbeitet das Ganze danach auf. Das wird erst in vier Wochen, innerhalb der nächsten vier Wochen der Fall sein. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da vorher schnell etwas passieren wird. Und die SPD hat natürlich immer noch die Hoffnung, in Hessen möglicherweise einen Regierungswechsel herbeiführen zu können. Hessen war immer eine knappe Sache für Schwarz-Grün, reicht es in den Umfragen derzeit nicht ganz. Aber wie die SPD da abschneiden wird, ist auch ungewiss. Also da wird es sicher vorher auch noch ein Abwarten geben. Aber was nach der Hessenwahl passiert und an Dynamik nochmal in Gang gesetzt wird, ist, glaube ich, schwer vorherzusagen. Kriegszustände in Berlin. Also, was auch immer. Ich will es gar nicht belächeln, es könnte schlimm kommen. Können wir nochmal ganz kurz über die Freien Wähler und die Grünen reden. Also diejenigen, die sich ja anbieten würden für eine Koalition in Bayern. Also es soll ja jetzt auch die Freien Wähler zulaufen. Wahrscheinlich wird es das ja auch. Aber die Grünen haben, oder ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist gestern, so ein bisschen haben durchblicken lassen, wir würden ja eventuell eigentlich doch gefragt werden oder ja und so weiter und so fort. Und das Nachdenken über Volkspartei und Nicht-Volkspartei. Wie haben Sie das erlebt? Klar, die bayerischen Grünen sind da ganz klar und sagen, sie würden gerne Gespräche führen. Ist ja schon bemerkenswert. Die Grünen, die früher gerne mal irgendwelche Koalitionen ausgeschlossen haben und sich jetzt sogar vorstellen können, mit der CSU, die sie im Bund so hart angegangen sind, zu koalieren. Bei den Grünen macht sich allerdings auch keiner Illusion, dass das jetzt, wo es mit den Freien Wählern reichen wird, tatsächlich da zu ernsthaften Gesprächen kommen könnte. Aber klar, nehmen Sie inzwischen eine andere Rolle ein. Jürgen Trittin, mit dem ich gestern gesprochen habe, Grünen alt vordere, spricht schon vom Ende der Volksparteien, was ich jetzt zeige. Auf Dauer sieht er irgendwie Platz für drei bis vier mittelgroße Parteien. Wenn das zutreffen sollte und seine Partei tatsächlich diese Rolle mal einnehmen wird, stellen sich natürlich auch ganz andere Koalitionsfragen. Dann muss man auch bereit sein, möglicherweise in so schwierige Bündnisse zu gehen. In Bayern ist es jetzt dazu nicht gekommen, aber perspektivisch kann es natürlich schon sein. Ganz kurz noch, weil das Thema Volkspartei scheint ja anscheinend jetzt irgendwie drin zu sein und in zu sein. Auch der Parteichef der Grünen, Habeck, hat ja gestern irgendwie über Volkspartei philosophiert und so ungefähr gesagt, es ist nicht mehr eine Projektpartei, es ist so eine Art Volkspartei, aber irgendwie ganz anders. Was soll das? Öko-Konservativismus oder was? Ja, das Wort Volkspartei scheuen die Grünen vielleicht aus Sorge, dass ihnen dann ein Abheben vorgeworfen wird. Aber im Prinzip der Anspruch, den Sie jetzt formulieren, nicht mehr nur eine grüne Kernklientel, sondern weiter ausgreifen, nicht nur sozusagen die Öko-Zugabe sein, sondern ein Gesamtangebot für breite Wählerschichten zu liefern, das ist ja schon der Anspruch einer Volkspartei. Ob das jetzt momentan nur ein Zwischenhoch ist oder irgendwie sich dauerhaft verstetigen kann, das ist allerdings noch ungewiss. Also das heißt, eine Volkspartei, die aber nicht so genannt werden möchte und die aber demnächst eventuell doch mehr gefragt werden will, oder gibt es da noch diese alten Flügel, die das vielleicht verhindern? Flügel gibt es sicher immer noch, wobei sie in letzter Zeit tatsächlich viel weniger eine Rolle spielen, was auch an den beiden neuen Parteivorsitzenden liegt, die offiziell ja beide zum Realo-Flügel zielten, aber sich überhaupt nicht als Flügelvertreter verstehen, eine Politik machen, die beide Flügel mitnimmt. Deswegen kam es da in letzter Zeit auch nicht mehr zu solchen Querelen. Sonst hat man ja oft gehabt irgendwie ein Realo, ein Fundi in der Parteispitze, die sich dann irgendwie auch gerne mal auf offener Bühne bekriegten. Das spielt meines Erachtens nicht mehr so eine große Rolle. Die Bayern-Grünen haben offiziell sowieso keine Flügeltreffen. Natürlich gibt es da auch immer Flügelpolitiker, aber mein Eindruck ist, dass das eine viel kleinere Rolle spielt in letzter Zeit und möglicherweise damit auch natürlich zum Erfolg der Partei beiträgt, die relativ geschlossen wirkt, während es ja bei den anderen Parteien spürbar irgendwie stärkere Risse gibt, die mitten durchgehen. Den Eindruck hat man im Moment bei den Grünen nicht. Dann warten wir es mal ab. Deswegen haben sie sich ja auch so ein Ergebnis erzielt. Wir warten auf die Ergebnisse demnächst aussehen. Ich danke für heute für das Gespräch. Cordula Eubel vom Tagesspiegel. Vielen Dank.